Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Siegel der Reue, anzunehmen bei Mechanikos. In der Bastion Elisische Feste, auf der Ebene Archonhöhe, an dieser Position. Forquest war ein Wort zum Abschied. Falls ihr weitere Fragen habt zu Forquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchliegen zu müssen. So, Quest ist angenommen und nun ist sie auch schon bereit zur Abgabe, nämlich an dieser Position des Schimmerts ein bisschen. Quest ist abzugeben beim Siegel der Reue, das ist dieses Teil hier. In der Bastion Elisische Feste, auf der gleichen Ebene, Archonhöhe, an dieser Position. Und mit dem Abschließen dieser Quest schließt ihr das Kapitel 6 der Kirianer Kampagne ab. So, hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke Ende